Hallihallo meine lieben wir sind wieder da heute ist die Beatrix mit dabei und wir haben für euch heute ein Action-Horn wir waren heute bei Action und ja wir haben da ein bisschen eingekauft und wir zeigen euch jetzt die Sachen kannst du deine wir haben hier so eine Tüte heute voll und ja wir haben ich glaube 50 Euro oder mehr ausgegeben ich sag euch zum ersten drei Sachen dass die Kinder beim Taco nicht bei Taco sondern beim Teddy eingekauft haben und ja einmal die Beatrix hat sich diese Form ausgesucht sie wollte Gelatine draus machen wir haben welche aus Portugal nicht aus Portugal aus der Schweiz mitgenommen und sie wollte da in dieser Form das machen das ist von Weihnachten noch und die haben 10 Cent gekostet Weihnachtsbaum und so eine eine Rentier ja für 10 Cent und dann hat sich die Brunner noch so ein Mikrofon gekauft sie hat schon eine und da hat sie an die Schwester gedacht sie sagt damit sie beide dann zusammen singen können ja 50 Cent anstatt 1,50 bei Teddy so jetzt machen wir weiter mit Action also wir hatten noch Kekse gekauft aber die haben wir schon im Auto gegessen so ich habe die für Beatrix das sind so wie diese Allstars die Markenschuhe und die waren da für 3,99 sie hat jetzt schon größer normalerweise 35 36 aber die sind noch ein bisschen größer aber jetzt für Frühling und Sommer habe ich die in schwarz geholt da gab es auch grau aber sie wollte schwarz haben für 3,99 und die sind schön finde ich ich hätte als ich klein war in ihrem Alter hatte ich auch die gehabt aber ich glaube die von Allstars und die haben die waren in Bordeaux damals dann auch für die Beatrix weil sie nächste Woche schwimmen hat in der Schule zweimal äh Flipflops in der Größe 35,99 Cent und dann können wir das auch für den Urlaub dann mitnehmen in Portugal ich glaube im August fliegen wir weil da hat sie die Ferien dann dann hat sie sich die von Fana Multivitaminsaft ohne Zucker für 69 Cent dann für mich die gesalcene Popcorn weil eigentlich mag ich nur gesalcene und letztes zweimal waren die nicht da ausverkauft bei Action und wir haben da noch von Action zwei Stück darf mit Butter mit Zucker und ich esse nur mit Salz dann zwei gesalcene Erdknutzer hat sich mein Mann ausgesucht normalerweise ist er nur ohne Salz aber die sind auch ausverkauft ausverkauft bei Action und ja dann gab es hier für PC und so Reinigung für die Tastatur und sonst was Kameras und so so eine Reiniger für 2,49 ne 2,49 von Lab 31 ist der Marke dann äh ich wollte eigentlich den Passwort auch aussuchen aber irgendwie ist die glaube ich nicht vorhanden naja egal egal habe ich irgendwie meine aber ich bis jetzt weiß nicht alle Preise auswendig dann für meinen Mann Kaffeeweißer für 99 so eine große Dose hatten wir auch letztes Mal bei Action jeweils 99 Cent dann kannst du das zeigen was du geholt hast für dich einmal diese das ist Diamant Putty das ist äh Schleim in dieser Diamant drinne und er hat 69 oder 69 ne gekostet hat sie einmal in rosa hat sie schon vorhin ausgemacht aufgemacht aufgemacht nicht ausgemacht aufgemacht kannst du zeigen in rosa und die Bruna mit ihren Taschengeld hat sie sich auch zwei mitgenommen ich suche den anderen noch wenn ich die finde die Bruna hat sich in äh lila in lila und in ähm ähm in gelb das ist mehr Neonfarbe die Bruna hat sich in zwei Stück ganz zu zeigen wenn du willst ja dies ist äh mit Glitzer und da sind noch Herzen drinnen und so sieht das aus ja Beatrice und die Schleime muss immer was von mit achso und die Beatrice hat sich noch hier ähm was hast du denn geholt diese Wasserkleber weil eigentlich mag sie gerne selbst ähm selber machen äh Schleim aber bis jetzt hat es nie geklappt und der war von 75 auch von Taschengeld hat sich geholt dann gab es hier zweimal ich habe alles jetzt durch durcheinander gebracht aber ist auch gut Haushalt und äh Pflege und Spielzeug und so Schuhe und äh die haben jeweils 85 Cent gekostet und ja wir essen alle so gerne äh Horstzwiebel 300 Gramm für 85 Cent von Essens habe ich glaube es gab es noch diese drei Stück von Tuk für 99 in der Klassik Version normalerweise kostet so eine schon eine 99 und die drei haben 99 Cent gekostet ich nehme die 6. Kompassiert hast du nicht gesehen nein dann gab es achso mein Mann hat sich noch so ein ähm zum Training weil er er geht da zum äh das Studio und da nimmt er ab und zu mal diese Muskelmasse äh in der Strawberry Flavor hat er jetzt und der Boldimass ist die Marke und der hat 849 eine große Packung von 100 1250 Gramm sehr groß und essen haben wir nichts mehr da glaube ich da hatten wir noch was geholt ich glaube nicht dann wollte das Bruna schon für ja sie hat erst nächstes Jahr Geburtstag aber bis dahin gibt es die vielleicht nicht mehr bei Action von LOL Surprise oder für Beatty habe ich glaube eher für Bruna diese ja die Teller sehr schön in äh Pink 49 Cent die Teller 49 die Teller und die 69 glaube ich ja aber sehr günstig weil normalerweise kostet es 69 die Teller an onder middy die treat normalerweise kostet sowas ein Euro sowas 1 Euro Weikik oder aber Lars b Hans bis jetzt nicht da ach so wir haben noch eine zum zu malen nicht zum malen sondern zu für die wände dieserальные Farbroller mit mit dieser kasten das blaue weiß ich den namen jetzt nicht und diese kleine weil wir jetzt renovieren in der kinderzimmer und die machen jetzt alles in rosa so eine wand wollte wirklich haben und die haben ich glaube unter 1 euro der preis weiß ich nicht ganz genau weil ich die ganz zettel nicht habe und dann habe ich noch hat sich mein mann so eine spielmaus mitgenommen er und die spiele ist so naja für 499 in rot gaming maus heißt das in rot und die biatrix für sich in grün auch zu spielen die sind beide spielen verrückt was kann man machen dann hat sich mein mann oder er gesagt ich für ihn ausgesucht boxershorts zwei stück in der größe m braucht man immer für 399 und dann gab es hier zum putzen mikrofaser tücher drei stück für 85 cent und die sind diese muster die in der in frühling edition und ich fand sie sehr schön brauchen immer auch für beide zimmer und so dann hat sich mein mann noch hier ist acrylfarbe in weiß für die weil wir machen auch fußboden neu haben wir schon gemacht hier im kinderzimmer für den sockerleiste dann das und montagekleber braucht man auch immer von patex ich glaube und ich weiß die preise von den beiden nicht wenn ich die finde oder wenn ich die finde dann blende ich die zwei ein aber ich weiß die preise nicht weil ich das nicht geholt habe das war mein mann nagelknipper für ihn auch für die nägel schneiden für ihn in grün glaub unter 1 euro auch sind sehr sehr schön in der form fand ich ja dann für schleim machen hat sich so ein rasierschaum die beatrice ausgesucht für 98 cent flüffige schleim sagt sie ja werden die fluffiger nicht so hart und dann habe ich für die bruna so eine das heißt das ist auf deutsch anti fritz anti fritz haarbürste für 69 cent und schaut mal sie ist so schön dass sie jetzt längere haare hat die bruna und ich fand das sehr süß in so eine blumenform für 69 cent sehr praktisch kann man auch für die urlaub dann mitnehmen für sich oder für die aber ja für sie weil wir eine andere da braucht sie was kräftiges 69 cent dann für mich gab es das ist so eine haarpacht für eine prachtvolle effekt haarpacht für haar das ist für die das haare ein booster von l'oreal paris el vital und der hat so der war so günstig für 99 cent wollte ich mal austesten weil ich verliere ich verliere sehr viele haare und da vielleicht brauche ich so sowas so eine für eine kur glaube ich irgendwie habe ich die zum ersten mal da gesehen ich bin hochkonzentriert für einen noch prachtvolle effekt ja zum kombinieren mit fibrologie spülung ja kann man mit spülung dann zusammen waschen ich meine das haar dann ja und zum schluss für meine tasche oder für die tüche so eine to do liste kann man auch hier so ein brettchen und das fand ich sehr sehr süß für 69 cent auch schaut man sieht ihr das da steht du du ganz oben fand ich sehr schön ist sehr praktisch sowas ja das war es von uns ich glaube das war alles aber ich war in der meinung wir hatten noch was aber was denn nie das war diese farbrolle mit dieser kasten das blaue ich will auch mal spielen nie das ist so mit herzen sieht ihr was glaubt schon so aber das ist so fühlt sich so kann da nicht beschreiben riecht auch ganz gut finde ich ja und den anderen ja mein lieben ich hoffe sehr unsere action hat euch gefallen lässt uns gerne feedback da wir freuen uns immer und wieso noch was sagen ach so die beate ich wollte sich auch ein bisschen glasch und lippenstift wie die mama und ja sogar mascara wollte sie aber nein vielleicht sind sie noch zu klein und ja ich hoffe sehr mein action hat euch gefallen lässt uns gerne feedback da wir freuen uns immer und wir sagen bis zum nächsten mal und tschüss bis zum nächsten mal